Wir sind sehr froh, dass der Kanton Graubünden nun eine Partnerschaft eingegangen ist mit ARTV. Aus diesem Anlass findet die Generalversammlung von ARTV 2022 im Bündner Kunstmuseum statt, am 14. Mai. Und ich werde vor dieser Generalversammlung Sie alle ganz herzlich einladen zu einer Führung, Rundgang durch die Ausstellung von Ursula Palla, die sich erstreckt über 13 Räume im Erweiterungsbau und der Villa Planta, in dem sich das Bündner Kunstmuseum befindet.